Aushilfs-Gitarrist, was nichts Schlimmes bedeuten muss, Daniel Hähne von Bowling Inc. An der Hotels-Gitarrist. Am Pass, unser neuer Bassist, werden die Fans sicherlich schon erkannt haben, Josef Ruska. Und bewährterweise am Drumset Mike Reininger. Und ich bin ja hinlänglich bekannt, nehme ich mal an, mein Name ist Robert Düben und habe das Vergnügen, diese Formation hier heute zu präsentieren. Walk Down Run, das war der erste Titel, den kennen viele von Ihnen, von euch sicherlich noch aus den 60er Jahren, von den Ventures erfolgreich gespielt. Und wir wollten dieses Motto uns auch zu Herzen nehmen. Also das heißt, wir wollen es etwas relaxed angehen, aber mit ein paar gepfefferten Titeln. Der zweite Titel, den wir heute spielen, heißt Zambesi. Und naja, mal schauen, ob wir das heute gut hinkriegen. Wobei ich weitermine sie vor. ZAmericans ins Na ja, mal schauen, ob wir das heute seit einem Recovery dabei haben. Musik 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 Vielen Dank, das war was Neues. Der nächste Titel ist ein Titel von einem Herrn namens Perkins. Der wird gesungen von Daniel. Er lautet, tanze nicht aus meinen blauen Wildnäder schon herum, sonst setzt es was. Musik 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 Musik